das wichtigste taverne jagd hatte genau fällt der windmühle bauernhof sägewerk einen des in ordnung steinbruch einer sonnenwerkstatt baum ist der gilde eine belagerungswerkstatt kam kein da wenn er kommt einer raus sonnenstern ja bauernhof nummer einer feld windmühle was einer 2 da man merkte ein neues aber wieder fällt kirche nicht mag doch kirche gut dann bräuchte und wieder jagd hatte fischer jagd hatte ich weiß nicht nur ein zwei nicht wahrscheinlich dann sind wir durch das war mit ab so vom programm die jetzt wieder an säge von dahinten ok lagung brauche ich nichts mehr markt kirche ist einer da haben wir dann noch voll sonnenstein da unten habe ich jetzt keine merke ihr hier hierhin sind es alle männer was ich noch habe wow das ist mau ein stopp hier oben hin die pokenschützen 600 what the hell hier muss ich jetzt erst einmal die hier irgendwie zerstören nein hier oben bleiben hier und dann da vielleicht hin. Dankeschön. So. Hier noch. Okay, gut. Bogen schützen. Hier hoch. Boah, die kommen hier oben hin. Oh, Schütze. Hier oben hin. Hier hin. Die anderen beiden kommen hier mit hoch. Hier. Ein bisschen aufsplitten. Wow, jetzt habe ich auch viel Geld. Okay, gut. Aber keine Leute. Ah, Tabernäne habe ich einen. Sonnstein. Da überall hin. Tabernäne. Äh, mag ich nicht besitzen. Der mag ich auch nicht. Das geht alles. Stein hoch. Okay, jetzt habe ich keine Leute mehr. Haha. Gut. Ja, die merkt ihr hier. Die kann ich gerade nicht besitzen. Ich weiß nicht, was die tun. Es gibt keinen Wohlstoff für den Händler. Okay. Was hat der? Markus. Marketschuss. Okay, da gibt es keine Bezeichnung drauf. Okay. Ah, noch Bogenschützen. Hier kommt es dahin. Das ist Stufe 3. Stufe 2, kurz vor Aufstieg. Okay. Deko. Dann würde ich fast sagen, wir machen auch noch ein bisschen Deko hin. Da fehlt auch noch ein bisschen was. Da hin. Na, na, na. Das geht da nirgendwo mehr hin. Dann versteckt man die Mauer mal dahinter. So, hier noch einmal hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Na ja, nur viel. Da einer hin. Und da einer hin. Gut. Leute. Jetzt haben wir wieder genug Leute. Okay. Zwei Leute noch und dann bin ich wieder voll mit Leuten. Stufe 3. Gut. Da fehlt noch ein bisschen was. Stufe 3. Das hier einmal hin. Ah, nein. Dann. Hier. Hier. Hm. Hm. Nee, da geht nix mehr. Ich hab auch noch genug Holz. Schade, schade. Okay, gut. Das haben wir dann soweit. Fast fertig. Da hat noch sowas hin. Da kommt noch einer hin. So. Da haben wir die Steinmauer dann nur mit dran. Ähm. Ähm. Hm, 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 hm. So. Stufe 3. Perfekt. Uh. Jetzt aber. Hier hin. Okay. Da kann ich da wieder noch ein Firm hinstellen. Aber brauche ich da noch ein Firm. So. Hier kommt es da drüben noch hin. Bitte da noch ein Firm hin. Oh. Da bin ich auch Stufe 3. Da fehlt mir noch. So. Ah, ja, wieder Männer. Da und da. Es anscheinend krediert sich's noch nicht marktvoll auszubauen, weil... Man eh noch keinen... Noch nicht genug Leute hat dafür. Äh, noch nicht genug, ähm, Ressourcen hat dafür. So. Ach so. Äh. Ritter. Hier hin. Oha. Jetzt aber. Uhuhuhuhu. Mensch, die sind aber ordentlich. Ha, diesmal gibt's niemanden mehr. Hier auf die hier. Jetzt kommt's in der Sonne hoch. Ah, ich hab da hinten noch keiner hingestellt. Ah, äh, hier hin. Hm. Halt, ich geh jetzt auf den Turm nicht. Das ist das Bittere. Halt, ihr. Auf den da. Auf den da. Auf den da. Oh, da ist auch noch mal einer. Hier hoch. Ein Ritter. Angriff. Hier hoch. Den. Oh, da oben mit hin. Nicht so gut. Was, was rennen meine Bogenschützen bis vorne hin? Als Bogenschützen? Soll mal einer verstehen. Nein. Also, meinen Bogenschutz verstehe ich echt so wirklich nicht. Ähm. So. Dass sie angreifen. Meine paar Männer, die ich noch habe. Hier rein. Die hier. Die hier. Wollte reparieren. So. Oh, da oben. Hab ich da oben was gehabt? Weiß ich gar nicht mehr. Okay. Wo kommen sie das nächste an? Sehe ich gerade nicht. War es das dann? Möglich. Stufe 3. Da fehlt mir noch bis was zur Stufe 3. Ähm. So. Da geht nichts mehr hin. Nein. Da passt eh kein Haus mehr hin. So. Zum Glück kostet die. Ja. Nichts weiter so. Oh Gott. Da wird es so schwierig. Also hier hinten kommt der Brunnen. Hinten und wohin. Nach drunnen hin. Ah. Von wo werden wir angegriffen? War es das schon? Ich sehe auf jeden Fall gerade nichts mehr. Das ist wie auch Fettkohle. Hier sammeln. Bogenschützen. Hier sammeln. Halt. Da könnte ich jetzt eine Mauer bauen noch. So. Genau. Ah. Mit da ein Turm. Ich habe es ja. Hahaha. Ähm. Hm. Nee. Weg damit. So. So. Da geht nichts mehr hin. Ich hoffe, ich werde da hin. Bäumchen hinpflanzen. Zumindest was noch geht. Auch hier und hier noch. Und zwar auch mal, welche Stufe das hochkommt. 80 von 200 da erst. So. 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 Da noch ein bisschen sowas hin. Kann ich den noch irgendwo hin platzieren? Da wäre ich Platz für Mauer dann. Ähm. Da kommt der noch dazwischen. Der hat da keinen Platz mehr. Schade, schade. Ach, da kann ich noch. Die rückselt einfach ein bisschen verschönern. So. Hm, 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 hm. So. Ach, da bin ich jetzt schon drüber. Gut. Passt. Da fehlt noch ein bisschen was. So. Jetzt sollte ich da auch die 2. Stufe 3 erreicht haben. Da fehlen noch 100 Punkte. Ja, jetzt machen wir mal noch eine Runde hier mit hin. Dann machen wir mal hier das noch mit hin. Ist doch viel schöner, wenn da noch was dran ist. Da geht nichts mehr hin. Dann machen wir mal die 9. Gut, 2, 4, 3. Oh, da fehlt noch einiges. Aber kaum sind sie so richtig zufrieden. Läuft's. So. So. Ein Brunnen. Eine Statue. Deko. Ups. Da noch was hin. Flum. 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 So. Warten wir mal ab. Die da hin. Die da hin. Ich weiß jetzt nicht, wo... Von wo die angreifen. Also keine Ahnung grad. Da werde ich mich wohl überraschen lassen müssen. Apropos. So. Oh, ich hab keine Steine mehr. Upsala. Gut. Dann haben wir das alles noch. Ein bisschen Stein noch. Dann können wir die hier auch noch viel aufbauen. Da fängt man noch ein bisschen Stein für den. So. Läuft doch langsam. Da hin. Ähm. Da wollen wir noch ein bisschen was. Machen wir hier so. Ein bisschen da die. Hier. Was da. Verwirken. Da geht noch einer hin. Da noch. Da geht auch noch mal viel. So. Dann werfen wir den hier auf. Da kann ich jetzt wo noch einen machen. Jetzt lassen wir das da mal weg. Oh. Das war so nicht geplant. Aber gut. Das muss halt so. Äh. Naja. Egal. Ne. Wobei. Weg. Passt da nicht hin. Nein. Da fehlt nicht mehr viel. So. Jetzt soll ich auf 300 sein. Da fehlt auch nicht mehr viel. Da. Und. So. Oh. Von da hinten. Alles klar. Ähm. Ja. Da wollte ich auch jetzt gerade nicht hin. Oh. Ich habe keinen. Jetzt hat er. Ähm. Schwertkampfe hier hin. Hier. Hier hoch. Hier. Hier hoch. 50 Stein. Ja gut. Das würde ich jetzt nicht mehr erreichen. Zuvor. Selbst das wird eng. So. Waren das noch alle? Nein. Äh. Die kommen hier hin. Oha. Okay. Die Armee ist ordentlich. Ähm. Ja. Nicht mehr fertig gebracht. Hätte ich früher dann kenndenken müssen. Es ist auch schon zu spät. Jetzt funktioniert aber der Angriff von denen. So. Meiner verstehen. Der da hinten übrigens sagt gar nichts. Aktuell. So. Wo sind denn meine ganz Männer hin? Sie stehen da hinten. Alter. Oh oh. Wenn die da durch sind, habe ich kein Problem. Hallo? Ihh. Genau da, wo ich noch nicht verstärkt habe. Da bist du jetzt durchbrochen. Ah. 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 Angriff. Nicht alles zerstören. Ja, nicht dieses Ding hier zerstören. Das wäre ziemlich bitter. Ah. Okay gut. Ah. Der hat das schon. Der ist anscheinend da drin. War es das jetzt? Haben wir es dann geschafft, oder? Hm. 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 Lassen Sie mich durchbauen, soll man es verstärken. Ein retterter Angriff? Haut nicht hin. Ritter habe ich keine mehr? Könnte das sein? Hallo? Spiel? Da lebt noch einer. Für den ist es zu nah. Ah. Da sind sie. Ja. Ausgezeichnet. Wir haben die Lunarfürsten besiegt. Doch das soll erst der Anfang sein. Eumais seht. Viele unserer Krieger sind gefallen. Aber verzagt nicht. Die Prise unserer Kirche können ihnen das nicht zurückweisen. Und sie wieder erwecken. Das war das Tutorial, oder? Ja, okay gut. Das waren 15 Tage. Ich habe es als Tutorial gespielt. Atlant. Wie soll wieder? Spielstand laden. Autoself. Okay. Tag 15. Es war lustig. Also man kann ja anscheinend auch ein unbegrenztes Spiel machen. Zergüfte, großer Berg, Flachland. Kampfgeschwindigkeit. Recruit. Okay. Rohstoffmenge. Neutrale Wesen. Keine. War mal Standard. Okay. Ne, aber das war B-Castle. Wir haben es zurückgespielt. Wir haben jetzt halb 1. Ich würde sagen. Am Ende hat es relativ gut funktioniert. Am Ende haben wir viel Geld gehabt. Viel Essen. Viel Rohstoffe. Alles. Aber erst halt am Ende. Warte mal. Ich switche mal jetzt rüber. So. Quatsch. Auf jeden Fall. Erstmal so. Vielen Dank für das Zuschauen. Auf jeden Fall bei B-Caster. Fürs Antest eigentlich. Wenn es euch gefallen hat, können wir das gerne nochmal spielen. Und öfter spielen. Es macht Spaß. Ich habe es ja die ersten 13 Tage recht verkackt. Aber danach hat es echt gut funktioniert. Hat Spaß gemacht. So. In dem Sinne. Servus. Jürggrub. Wir sehen uns.